Guten Morgen! Das ist schon Dario Colonia. Ja, geht's noch. Der steht jetzt sicher an einer Tankstelle und bedient uns. Sind Sie nicht Dario Colonia? Ja, mal wenig. Du siehst, haben Sie ja gesagt. Ich bin heute hier, meinen Zuhelfen Geld zu sparen. Das auch noch. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Kann ich Ihnen erst zeigen, wie Sie jedes Jahr bis zu 360 Franken sparen können? Wow, das wären ja gerade ein paar Schuhe für mich. Ein paar Langlaufschuhe nehme ich an. Wie kann man jetzt so sparen? Heizung, Klimaanlage sowie Heckscheibenheizung immer nur so lange eingeschalten wie nötig. Okay. Nehmen Sie doch Dachboxen. Das ist heute der Widerstand und somit der Spritverbrauch. Wenn Sie den ganzen Autoenergiecheck bei Ihrem Garagist machen, können Sie bis zu 360 Franken im Jahr sparen und Ihrer Frau ein tolles Paar Schuhe schenken. Okay? Danke vielmals, Herr Colonia. Danke, Fredi. Danke, Herr Colonia. Gute Fahrt. Danke. Oh! Jetzt haben wir vergessen zu tanken. Ich bin hier noch mehr als Tritverbrauch. Ich bin hier und hier noch ein paar Schuhe. Vielen Dank.